Könnt ihr einfach zu Hause sagen, weißt du was Mama oder Papa oder Tochter, Freundin, Freund, Böhre machen? Geh doch einfach mal ins Internet. Gibt's ja jetzt in Deutschland. Auf YouTube. Da gibst du einem das schönste Lied der Welt und dann kommst du auf meine Lieblingsband. Herzlich willkommen zu letztem. Das schönste Lied der Welt. Vielen Dank. Hey, 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 hey. Es ist das schönste Lied der Welt. Wir spielen das, was euch gefällt, wir wollen euch das Erd berühren. Und sagen, wir haben einen kleinen Tag, und wir haben ihn versagt, und wir sind doch ein Traum, ein Gelocker. Das ist der beste Tag der Welt, wenn wir uns zu den Zweiten sind. Weil ich wach so, nicht mal so viel. Da kamst du wieder an, wie man es fängt, und dann nehmen wir auf, es ist ein Töntgen, es geht sich gleich, ja, ich war nur nix. Da kamst du wieder an, wie man es fängt, und dann nehmen wir auf, es ist ein Töntgen immer's quer. Das ist der beste Tag der Welt, und dann nehmen wir auf, es ist ein Töntgen, und das war ein Töntgen und das Innen ist ein Töntgen immer's contender. Das ist die Verbrennung, dass die Wagen nicht mehr hielten, wo es wieder abholt ist, dass die Wagen auch nicht mehr nachdenken hat. Die Fahrt ist die Wagen nicht mehr. Hey! 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 Das ist der Gründe, der ist der Weg. Wir sagen das, was euch gewinnt. Wir wollen euch das Erd erfriert. Hey! Es ist das Schätzte, das wir hier sind. Wir können noch mehr, ich bin erstellt. Wir können uns nicht mehr. Wir können uns nicht mehr. Sind wir alles zu Ende? Und nicht mehr in deinem Ess務. Wir sind nicht mehr in deinem Essarial, sondern mehr in deinem Essorie. Der ist so segregender Mлаasssen. Der Forgive für einer wirke der Stecke, und der Miguel, ein Mensch sagотzeig. Und вдngel Después Scala 그래요. Und die Mille n expansiert, und vraART!」 und ástens seg'nend einfach kreftiges Hörer, selbst média spüren manchmal die Wade wieder, und danach nauf der these things karakodскую. ác Hoera! Geharr! G hiemal! Untertitelung des ZDF, 2020